Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der CZUZ-Klan-Zug-Unterficken-MW2-Team-Deafage-Off-Terminal mit dem lieben Killer, mit dein lieben Hatzel, mit dem lieben Seth und mit mir. Hallöle in der Runde. Guten Tag, du ist Henn. Lass uns diese Feinde zer... So, auf jeden. WTF, aber. Alter, ich sehe nicht mehr Stipplen. Ich habe Doppelabschuss. Ich habe die übrigens alle Beine dort hinten weggeholt. Hä, Eckenhocker. Die regen sich im Wunsch dafür. Was ist das? Hett! Komm ich halt von hinten. Wie? Doppel. Die kommen alle durch den Durchgang, wo A ist. Okay. Das liegt eh noch mitten vorne im Gang und Toppen. Hab ich. Nice. Komm, ist mein Messer nicht eingestellt, Alter. Wir sind in Führung. Wir haben die Führung verloren. Vorrede. Aber es wird noch kurz. Das werde ich jetzt mal holen. Achtung, feindliche Aufklärungsdrohne gesichtet. Zack. Achtung, feindliche Aufklärungsdrohne gesichtet. Wir sind in Führung. Oh, schön wie die alle dort hinten in der Ecke sitzen. Alter. Wir haben die Führung verloren. Ich geh jetzt mal Vorrede holen. Mach mal mit. Nee, hier ist ne unkünschte Stelle. Scheiße. Ja, dann hau irgendwo raus. Ich geh' ich mit. Munition ist klar. Eine sollen sie abschaffen. Boah, ist Munition? Da kannst du nicht mehr schießen, Alter. Ja, Munition in der Vorrede. Das ist so ein Kack, Alter. Das ist... Ja, stimmt allerdings auch noch. Ah, ja, Kletter erst mal. Ich finde... Das Klettern soll sie abschaffen. Das... Das, wenn du springen willst, dass du aber über Mauer kletterst. Das ist scheiße, Alter. Ich geh mal ne Zahle auf den Führung, Alter. Ja, Alter. Alfk-Cheap, oder was? Ein Flugzeug ist noch einer, der macht Sniper. Heftig. Nehmt seine Vorräte? Ja, meine. Deine. Deine, danke. Okay. Danke. Apache ist klar. Wer macht mit? Ich hab nichts. Ich, Moment. Ich hab nichts, Alter. Nee, nee. Für die anderen verstecken, ne? Für die anderen verstecken, nur der da abfießt. Gehen so viele Punkte drauf, Alter. Ah, scheiße. Verbündete Harrier, komm. Nice, Digger. Nice. Ich hab mal mitgeholfen. Ja. Ja, gut. Verbündete Predator-Drohne im Anflug. Flugzeug ist frei. Ey, was steht's denn hier? Genau vor meine Nase aus dem Problem. Ja, ich musste gucken wegen oben das Dachfenster, Alter. Sorry, Alter. Das ist so fast am Fingern, ey. Ey, das kommt mir gelegen, Munition. Die kommt von unten, Lieder, wo die Rollkratten sind. Flugzeug ist jetzt wieder einer. Okay. Hab ich. Ey, glaub mir doch, Fluff, komm mal. Ja. Ja. Alter. Seriously, Alter. Oh, scheiße. Aus, ja. Oh, dreifach Abschuss. Ernsthaft, aber. Oh, schlacht, du. Achtung, feindliche Vorräte. Na, tut's noch mal. Okay, ich schläg mich kurz hin. Schläg mich. Büscherei. Hab ich. Kraftisch. Alter. Was? Flugzeug down. Hab ich. Hab ich gerade. Hey. Oh, my God. Ja, 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 ja. Juuu. So, alles ist noch was in der Folge, dann äh, und ich sage, wenn ihr gewalttet einen Daumen, Kommentar und eine Bewertung da lassen, wenn ihr, lasst einfach bleiben und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.